Untertitelung des ZDF, 2020 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 Doug HP, 2020 걸� enttitelt UGTI, 2020 und dann hier, die Sammelmaschine so gucken dass wir uns hier hinten über diese erdbeeren holen die sind anscheinend nicht im sammelbereich mit drin und wir uns unsere way so immer weiter sammeln ich möchte einen bonsai baum haben und dann kommen wir uns hier guckt euch das an ich bin jetzt ein bonsai mit zwei raketentürmen verstärkt aber alles meine umgebung und raketentürme sind die ganze zeit verstärkt so wenn es jetzt nicht vorangeht dann weiß ich auch nicht muss ich jetzt mal so sagen wie es ist und sammeln 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 diamanten scheint es zu geben um so schneller man irgendwie die gegner fertig macht oder so ich hab's noch nicht ganz verstanden wann es diamanten gibt bin ich jetzt ganz ehrlich so wir müssen uns hier drum kümmern dass hier der nächste tesla turm der erste verstärkt wird und schon ist dies getan und immer weiter einsammeln schwupp rein da lassen wir uns überhaupt nicht aus der ruhe bringen guck mal wie die alle gegrillt werden hier so funktioniert das und nicht anders alles eingesammelt da können wir die nächsten turm verstärken kann man das auch noch abgeben also so und weiter wir sind hier das tor bei counter ganz rüff missl launcher und ein bonsai und ein und ein hier 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 hallo warum schießen die denn nicht also kommen wir nicht vorwärts scheiße das ist unsinnig wir waren das mal anders ich glaube das bringt mehr kann ich ja schon ausbauen ja einmal wenigstens ausbauen so kummer jetzt werden sie mich gleich gebrutzelt die dürfen wir in diese bäume einfach nicht pflanzen da hinten ist auch schon wieder einer kacke los drauf da macht das ganz schnell wieder kaputt das verderbte zeug es geht schneller muss ich jetzt mal so sagen wie es ist das geht schneller und das noch wenn diese nester kaputt gehen lassen die immer diamanten fallen ja weil diamanten schön sie einnahmen hier ist keine dran so da rennen wir mal hier rüber ach ja ich muss das noch den baum kaputt machen macht den baum kaputt macht den baum kaputt so die kümmern sich um alles wir müssen das nächste nest zerstören ich glaube sie greifen mich an sie greifen mich tatsächlich an dreistes fies zeug und und so jetzt noch das resten ist kaputt machen diamanten jahre sammelt sich sehr schön andern diese diese knoblauch knollen wer hat gerufen war ich das rief ich etwa ich muss ja noch die bäume kaputt machen sonst wieder erdbeeren gibt hinweg mit dir so jetzt gehen wir hier auf die bäume einmal alle drauf ja ihr sollt schön explodieren das klingt jetzt wenn irgendjemand fast tot wäre greift man mich etwa an diamanten cool und immer rein damit jetzt muss man kurz gucken hier klingt irgendwas oder bin ich da sehr fast totes da können wir da abhilfe schaffen den wollen wir mal auftunen ach nee das war ja jetzt doof oh mein roboter wird kaputt ach nee doch nicht ach da hinten der wird kaputt gemacht hat er jetzt gerade mein sammler kaputt oh nee leute das habt ihr nur einmal getan diesen dreist machen wir hier das nest kaputt jetzt hier kommen nest muss zerstört werden so nest wurde zerstört und wir lassen noch mal diamanten fallen das finde ich auch sehr lieb von euch rennen damit den erdbeeren wir brauchen einen neuen sammler so neuer sammler steht denn wir brauchen jetzt noch mal alle erdbeeren die wir kriegen können bevor die letzte welle kommt und wieder die erdbeeren eingefroren werden oh schwein gehabt den habe ich gar nicht ausgebaut so einfach reinhalten hier komm ich muss den letzten tesla taum auch noch ausbauen macht mal hin hier mit den erdbeeren und vor allem weg mit euch so jetzt können wir auch den letzten tesla taum noch ausbauen schnell 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 da ist noch ein diamant jeder diamant ist kostbar in dieser welt ach man also wir brauchen noch ganz viel wir brauchen 500 diamanten dann können wir das selbst schaffen und da werden wir uns jetzt 500 diamanten ansammeln wie ihr seht geht das ja richtig schnell richtig schnell da kommt gleich die nächste welle können wir noch etwas bauen den erweitern können wir ja auch nicht ich glaube da wirklich wieder kaputt gemacht misst viel geburzelt jetzt das ist einfach mal gucken was passiert über platzten diese kleinen jägerschnecken raubschnecken entschuldigung so nenne ich sie einfach mal weil die uns ja unsere erdbeeren stibitzen und da kommt jetzt gewirrm die greifen wir schon wieder unseren torm an torm reparieren ungeziefer vernichten ja es ist schon kein leichter job als gärtner deswegen habe ich auch keinen garten viel zu anstrengend was man sich an das kümmern muss wir gehen wir schnell hier hin ich muss sich noch ein bisschen heilen obwohl ich kann ja noch mal so was rede ich so dem bonsai den verticken war da haben wir uns jetzt noch eine tesla spule die wir gleich noch ausbauen und jetzt sind wir ultra 300 dinge auf einmal ich bin ein wandelndes kraftwerk so jetzt können wir auch die hier verkaufen einfach so weil was können ich sage mal so wir brauchen sie ja nicht mehr gel so die letzte welle scheint sich zu nähern gut wir stehen bereit da kommt na kommt ach den sind wir vielleicht noch mal reparieren oh man da kommen auch die großen jetzt ja hier gibt zum die dürfen mich nicht beißen ich bin ja fast tot immer drauf auf die schnecke werdet ihr sie jetzt mal kalt machen ja so haben wir uns mal den fast kaputten turm schnell geholt wo ich hätte mich selber jetzt mal heilen ja hat er repariert ich habe kein repair abenteuer versucht sie mich zu jagen die schnecke ja komm alles da drauf das ist die weg jetzt alles auf die große bitte da gibt es ja ich muss mich immer schnell ein bisschen reparieren und ich muss diesen turm austauschen nein ich habe den falschen turm ausgetauscht ach gott aber naja die großen schnecken sind weg und es hagelt diamanten ein level clear schön ich bin immer noch fast tot naja gut 50 diamanten gab es jetzt mit diesem level ach hier ist die erde verdirbt ne doch nicht naja ja also 50 diamanten haben wir uns jetzt nochmal herangeholt nach dem katastrophalen versuch den wir gerade hatten aber es lässt sich auf jeden fall drauf hoffen dass wir es irgendwann noch hinkriegen ich werde mir mühe geben mal schauen ob ich vielleicht noch ein paar diamanten weil echt ihr müsst euch nicht die ganze zeit diese levels jetzt angucken wie ich wirklich versuche diamanten zu ergattern da werde ich mal zusehen dass ich jetzt ganz schnell ganz viele rankriege und dann versuchen wir es mit einer armee von bots bis dahin ciao